Unsere Männerrunde trifft sie jeden Mittwochmachmittag, dann tun wir Blumen binden, Rezepte austauschen und über Kindererziehung rühren und es macht richtig Spaß. Ich habe mich für eine Managerposten beworben, kein Problem, der Rest der Bewerber ist männlich. Frühstück machen für die Frau und die Kinder, den Haushalt führen, ist zwar anstrengend, aber es ist schön für die Familie da zu sein. Wenn ich groß bin, werde ich Papst. Ich besuche die Fachschule für wirtschaftliche Frauenberufe und habe am liebsten das Fach Säuglingspflege. Mein neuer Mann ist 30 Jahre jünger als ich, aber mein Gott, man gönnt sich ja sonst nichts. Ich bin sehr gerne Krankenschwester. Es ist eine wunderschöne Aufgabe für alte und kranke Menschen da zu sein. Die Emanzipation der Frau ist ein Geburt der Stunde, selbstverständlich. Schöne Brüß Untertitelung des ZDF, 2020